hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video, warum bin ich denn da direkt neben dir, ja du bist jetzt nicht hier, warum bin ich denn da bin doch sonst immer rechts, tschüss, also ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal einen bug in dem neuen 16 16 mal, ihr könnt hier oben sehen, eine essensschlacht, essensschlacht ja, ihr könnt hier oben sehen, dass das essensschlacht ist, also 16 oder 15, ihr wisst ja, bei der essensschlacht ist es so, man hat hier am anfang diesen border und man kann eigentlich nicht zum gegner rüber, nein kann man auch nicht, kann man auch nicht, jetzt hatten wir zufälligerweise die aufgabe bei wailing woods gemacht mit dem buchstaben der da zu finden ist und dann waren da unten die teleporter, die portals, also portals, die portals, die portals, und da haben wir uns gedacht, moment mal, was ist denn eigentlich wenn man mit dem portal müssten wir doch eigentlich zu den rüber kommen oder ja und das haben wir dann mal gemacht noch mal zeigen ihr hört hier den sound die kann nicht können wir euch das mal eben zeigen was ist hier guck mal hier ich habe jetzt gesucht da ist ein rift das normale rift gesucht gesucht wo sind die portale ich habe welche gehörten auf deren seite und das geht gar nicht vielleicht haben sie die rausgenommen haben sie nicht deswegen ja der bug wird auch reporten leute also nicht das gleiche leute in die kommentare schreiben und reporten hier ist ein bug user nee das wird alles reportet an epic games mal gucken wie lange sie brauchen um das zu fixen so und jetzt achtung ich bin drüben ich bin drüben leute ihr seht es hier hier ist so ein ist normalerweise ein strich dank facebook danke dafür so hier ist normalerweise so ein strich also die abgrenzung hier haben wir die ganzen gegner glaube ich fast alle fast alles ein gegner und ja ihr könnt ihr jetzt hier sehen das hier ist das team von denen also diese wieder und hier ist das team von uns und wir sind rüber gebacken ihr seht das hier und bevor die zone los geht bevor die border quasi runter geht hier können wir jemanden töten der war wahrscheinlich ein klein wenig irritiert und deshalb wo kommen die jetzt her da kommt noch einer da sind die jetzt auch von mir ja gleich dann auch irgendwann gekommen ja ich bin dann auch nochmal da hier ist er dann auch und wir waren dann auf deren seite und die haben nicht damit gerechnet das bekommt also das war's von dieser back vorstellung wenn euch dieser back gefallen hat dann lasst du die von langen amt davon es könnte sein dass sie gewandt werden wenn ihr diesen back nutzt auf eigene gefahr ja wir können nicht gebannt werden da wir diesen back an epic games senden und ja deswegen würde ich sagen welches treten wir vor der füße werden werden bis dann alles ist